Ja, also richtig schön, ganz toll hier. Ja, sehr sauber, sehr sauber und klar, ganz toll. Ja, sehr viele, sehr viele Menschen sind hier in August, in Stadt, in Zentrum, Plutal. Wir haben noch nicht so viele Menschen auf einmal gesehen. Ich denke ja, wir waren nur einmal im August hier, sonst sind wir immer in andere Monate gekommen. Also jetzt sind echt viele da. Ja, es ist Mittagszeit, viele sind beim Essen. Ja, Achmed und ich habe in letzter Zeit, kann man Raum drehen? Wir haben in letzter Zeit so viel gegessen. Ja, ja, Achmed schwimmt. Ja, ja. Klar kann ich schwimmen, gell, Achmed? Ja. Ja. Also Robin, ich denke, wir waren in einem Restaurant. Und dann, wir haben da, was haben wir da gegessen? Äh, Kofta. Und die ganzen Soßen. Hat jetzt nicht schlecht geschmeckt, aber nächsten Tag war ich richtig krank. Ja, ja, ich kann auch schwimmen, klar. Ich war dann ganze, ich denke das war Sonntag, war ich ganze Tage im Bett gelegen, ich war krank. Ich konnte nicht rausgehen, ich habe Magenschmerzen gehabt. Wahrscheinlich die Wetterumstellung, wahrscheinlich war auch das Essen nicht gut, keine Ahnung was war. Ja, auf jeden Fall, ich war da ganz schön krank. Jetzt, jetzt wird es uns gut. Okay, dann, ähm, verabschiede ich mich. Ja, ist lecker, super. Wir waren auch zweimal Stringshauser, Halbessen. Wir haben ja hier alles inklusive. Aber, äh, man will ja auch trotzdem rausgehen und draußen essen. Ja. Vater, keine Ahnung was ist Vater. Das verstehe ich jetzt nicht. Was? Vater, ist das Arabisch oder? Essen. Essen, ah, aha. Vater. Vater, ah, okay, okay. Ja, das ist sehr hübsch. Das, das hast du mir noch nie gezeigt. Ja, das ist sehr hübsch. Aha. Okay. Ja, heute gehen wir schon wärme essen. Gut, dann meine lieben Leute. Danke, dass ihr da wart. Und vielleicht machen wir heute Abend ein kleines Live von der Stadt mal sehen. Gut, dann. Bye, bye. Kann man am Strand auch grillen am Strand, ja? Ja. Ja, wir haben euch hübsch. Wenn, dann machen es die Leute wir nicht, wir selber nicht. Gut. Also dann. Bye, bye. Schönen Tag euch. So, wie mache ich das jetzt aus? Wenn ich das jetzt wüsste. Wenn ich das jetzt wüsste. Highlights speichern. und hier. Danke. Danke.